Die, die was gesagt haben, das war eine von den beiden, die es noch nie fehlt, bei Scharfazieren, die ist natürlich jetzt erstmal schwer getroffen. So, wir sehen die Zeit noch mal. Sowohl Reifen hat richtig gefallen, aber da steht noch ein Stein auf dem Wasser, fitscht das Fahrzeug bis in der Reifenstaffung. Ja, dames en heren, Paul de Root, inmiddels van dat leidsche visser, met haar wagen in de vijf, toch wel hard wachten op berichten vanuit onze mediscenten. Untertitelung des ZDF, 2020